hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten live auf meinem kanal wir spielen etwas nein nein ich gucke mal ob hier alles scheint so zu sein ich hoffe ihr den fernseher meiner frau nicht Kannst du den Fernsehen bitte ein bisschen leiser machen, da geht doch ein bisschen zu wenig. So, weil wir in den letzten... Entschuldigung haben wir ja diese Häusler hier gebaut. Ähm, das ist wirklich das Spiel nicht zu Ende bauen wollen. Aber da sind alle noch nicht dafür auch geladen. So, schmeißen wir jetzt auch mal weg. Ich weiß übrigens nicht wie lange wir spielen, vielleicht eine Stunde. Vielleicht noch zwei Weizen, aber wie gesagt. So, was sind wir denn hier? Beide. Wird kein Schwert nix bei dieser Füchern. So, wo wir in den nächsten Mal wieder gehen können. So, wo wir in den nächsten Mal wieder gehen können? So, wo wir auf den anderen Mal wieder gehen können? So, das ist wirklich das Spiel. So, wir haben das Spiel. So, jetzt haben wir ja auch ein bisschen versucht, äh... um den Keller zu bauen, brauchen wir Änderperlen. Da ich den Vokabeln selbst ausprobieren, heute machen wir etwas mit einer Plurie. Da ging es für meine Änderpflanzen noch nicht auf dem Stand wie sie sein müssten. Also dass wir da auch das nächste Mal was machen müssen. Dann habe ich hier schon mal ein bisschen beschriftet. Auch so noch. Also wir haben hier Diamonds und Charts und hier fehlt noch die Beschriftung. Aber gut, die kommt demnächst. So viel. Wir müssen unbedingt sehen, dass wir hier wieder den Mod rein kriegen, womit die Welt geladen wird. Ja, machen wir mit dem Fernseher leiser. So gut, wie gesagt, wir brauchen Änderperlen. Wie findet ihr eigentlich mein Pool? Kann man sich eigentlich auch rein setzen. Ich weiß jetzt gerade nicht wie. Ah, doch. Doch. Also es ist aber ganz gemütlich drinnen. Und baden. Yes. Schön warmes Wasser. Okay, jetzt gehen wir wieder raus. Hier fehlen Alte Höhle, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, weil alle Ärzte, die wir brauchen, haben wir hier hinzustehen. Und wir meinten, wir haben wohl, wir haben, und zwar, wir haben Clubs, wir haben Eizel eingekommen. Und jetzt müssen wir noch warten, dass hier ein bisschen mehr kommt. Wir können ja nicht hochzüchten. Doch, ich werde doch speziell knochen werden. No funny geht Jordan. seul. Soない. Not green, any añad Health. Stop warm the Ich bin echt leise, bin ich jetzt lauter. Moin. So, jetzt sollte ich hoffentlich lauter sein. So, wo ist jetzt mit Spezialklochen? Also nicht viel heiß, ey. Entschuldigt. Entschuldigt. Jetzt sollte eigentlich... Guck mal was funktioniert. Woher willst du wissen? Ja, du hast ein Relais drin. Du musst ein bisschen warten, bis mal die Stimme da erscheint. Das geht nicht so einfach. Das geht auch nicht. Jetzt könnten wir mal probieren, was passiert, wenn wir die so einpflanzen? Nein, das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Ja, das geht nicht. Jetzt müssen wir die Nummer groß gezogen. Na gut denn. Wenn wir die so nicht groß gezogen haben, müssen wir es anders machen. Ja, das geht gar nicht. 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 Und dann noch mehr. Das geht gar nicht. eigentlich bräuchten wir uns doch nur einen elektrischen spawner bauen die frage ist ob die da raus kommen so 1 und die hier noch mal 1 und die hier noch mal und das sind Notketten glaube ich nicht wieder ja, oh das ist auch die hier noch mal Wir suchen uns den Lava Krillie, den haben wir noch mal kräftig im Tatsch. Die Frage ist wo haben wir jetzt den Lava Krillie. Wir haben hier unten eine Lava Krillie. Hier ist keiner. Wir haben keinen Bock, jetzt hier dran nicht zu sterben. Weil es nicht geil draußen ist. Obwohl wir uns eigentlich könnten auch eigene Lava herstellen. Wir haben hier noch Kristalle dafür. Wir stellen uns einfach unsere eigene Lava her. Man kann sich hier mal verfrieden. Wir stellen uns einfach die Lava herstellen. Wir stellen uns einfach die Lava herstellen. Wir stellen uns einfach die Lava herstellen. Wir stellen uns einfach nur an die Lava. Wir stellen uns noch an die Lava herstellen. Nichts. Wir stellen uns auch die Lava herstellen. Obwohl ich schlimmer Lichter losse. Das System kann es auch nicht funktionieren. Das sollte man probieren. Könnten wir gerne. Ob sie da haben. Obwohl gibt es. Obwohl gibt es. Obwohl gibt es. Wie es zu besiegt ist, wenn man bei vermont ist. Das ist gut. Obwohl ich die Anlage der Raketen habe. Ich bezüttel mich. Ich habe die Anlage der Raketen. Das wird der Raketen. Ich habe die Flurrechen. Er hat eine Flurrechen zu finden. Ich habe das für meine Flurrechen. Das wegen der Flurrechen. Soll ich das nicht zu tun. Das war's. Was ist das? Ich weiß nicht, ob man diese Wasser holt. Ich gucke mal, ob man es bauen kann. Vor allem, was man da bauen muss. Wiss ich nicht. Mäusen, bekommst du ihn. Guck. Guck. Schalte, schalte. Schalte, schalte. Weißt du, was ich mir zu Weihnachten wünsche? äh etwas aus meinem Fanschiff na sehr schön ähm ich will Weihnachten anschreiben und dir nicht erzählen eine Maschine oder wie funktioniert das? äh, ne du, gegen dir spielt ich kein Bad Wars mehr also, auf jeden Fall jetzt nicht wahrscheinlich heute auch nicht ähm, ich hab noch nicht mit den anderen Leuten quatschen können dadurch, dass meine Arbeit dazwischen kann äh, 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 äh äh, 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 äh äh, äh äh, äh, äh 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 ä Sooo Das sieht jetzt anders aus Ich muss mal jede Wege noch leise machen Ich guck mir jetzt später an was du mir geschrieben hast Ich muss mir wie gesagt gerade mal die Koffe das ist ein Ding aus So, machen wir ein bisschen leise Ne, machen Ton aus Das ist jetzt nicht das Unken Zauber, aber gut Wenn ich auch seh hier mit dem Zeug Kreuze Ich spürte das Ding aus Ich spürte das Ding aus Ich spürte das Ding aus Oder in dem ich Das mit Blood Magic mache Oder in dem ich Ich spürte das Ding aus Das ist nicht Das ist ja Die Kette Blumen wie gerade nicht angezeigt. Sollte hoffentlich auch angezeigt werden. Gießbecken, das wäre ja auch eine Idee. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gucken wir mal, ob wir das da haben. Ich hätte gerade mal 5 Stück. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Für die Leute, die gerne spenden möchten, ihr habt die Möglichkeit, diesen News kostenlos zu spenden und eine Nachricht zu unterschreiben. Es wird natürlich alles angezeigt. Ich hoffe, dass es angezeigt wird, aber toll angezeigt werden. Das ist alles. Kannst du die Musik ein bisschen leiser machen? Ja, ein bisschen, aber die hört man so, das Buch muss gar nicht. Ja, dann muss ich das Ganze machen. So, ich schicke nicht so, jetzt ist sie leiser Die Botania muss ich auch bald anfangen Aber Botania hat noch ein bisschen Zeit Ich wollte meine Gießkerne haben Finde ich meine Kerne nicht mehr? Dann müssen wir noch keine suchen So Leute, gießen wir eine Weile Dann vielleicht was um Beete-Seiten zu gießen Sind leider noch nicht hochgezüchtet auf CNC Das werfen wir auch so wenig ab Aber besser ist gar nicht, muss ich euch sagen Mal ein bisschen Dichter ran Es gab Möglichkeiten die Dinger automatisch abzunehmen So, jetzt ist wieder die Frage aus welchem Botania kam Das kann ich mal so sehen So, jetzt ist das ein bisschen So, jetzt bin ich das vielleicht Was ich auch noch nicht? So, jetzt bin ich gut Und ich bin da jetzt So, jetzt bin ich da So, jetzt bin ich da So, jetzt bin ich da Es gibt jetzt eigentlich einen Sender, den man benutzen kann, um das Ding auch abgerhuntet. So ist die Frage wieder. Nicht aus dem Modback. Also, ich muss den Mod backen. Ich komme hier kurz nach oben. Das ist der Wave Controller. Ne, das ist nicht der. Das ist super. Wollen wir mal gucken, ob es hierbei war. Aus irgendeinem Modback war das. Aber ich glaube, das war nicht aus dem Modback. Wie würde das eigentlich mit einem MES-System verbunden werden? Ja. 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 Ich bin kein... Ich bin kein Spannender mit dem Wormammling. Hm. Jetzt... Ich mach mal was anderes. Die kriegen wir nämlich den aus. Energie-Ptreme-Storme. Das ist in der Badewanne. Ja, ich streame schon. Warum? Ich hab nicht ein Problem damit. Gar nicht. Was soll das brauchen? Mein Zellwurst, wir kommen im Stream. Oh. Angst habe ich krank. Richtig aktiv. Alles klar. Ja, ich war ja ein paar Tage nicht mehr an Streamen. Ich hab ja arbeitstechnisch viel zu tun gehabt. Aber was soll's. Während von diesem Menü haben wir auch nichts mehr. Kann man das anpflanzen? Aber das geht glaube ich nicht. Das kann man ja überfinden. Aber ich hab kein Lust das zu finden. Kann man sich spawnen mit einer Gasträne. Haben wir denn eine Gasträne? Eine haben wir. Kann man das machen? Kann man das machen? Kann man das machen? Kann man das machen? Arbeit ist noch unmöglich. Nur ein bisschen stressig. Kann man das machen. Wie soll ich sagen? Da muss man arbeiten. Viel arbeiten. Kann gut besser Dinge verhalten sein, glaube ich. Warum sind die jetzt leer? Gut, ist egal. Wir wollen erstmal essen. Dann gehen wir ein bisschen was killen. Jetzt müssen wir eine Magnet... ...Magnet? 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 Ich hab so viel Kacken. Wie ist das hier im Rind? Das lobt ihr. Ja. Wenn das ja noch ein bisschen Coal. Dieser Pupp ist ja... ...Magnet? ...Magnet ist ja ein Ute. Als der andere Bahn, dass der Magnet ist. ...Magnet ist das eine Ute. Oh mein Gott Irgendwie funktioniert heute mein Chat nicht, also der mit dem Stream angezeigt wird. Oh, ein schnuckeliges Spidey. Eigentlich tun die mir nicht, weil ich die nicht tue, aber das sind richtig schnuckelige Tierchen. Spiderschwein, Spiderschwein. Ne? Ja. Könnten. 2000. Ach, naja. Dann würde ich immer mal arbeiten gehen. Was suchen die Spiderschweine eigentlich im Netter? Was bleiben? Ich will nicht alles so weit durch die Gegend fliegen, da gibt es hier keine Magna-Lines. Nur so vor, da gibt es gar keine Mobs. Ich kann mich killen, wenn ich den Ton von Minecraft auch habe, finde ich nicht mehr zu erfahren. Ich kann mich angreifen, wenn sie mich angreifen. Sollte ich den Ton einschalten. Gut, das mache ich nach der Stream-Pause in dem Fall. Ich schenke mir ein Magna-Slan. Um. So nice. Ich schenke mir hier. Ich werde das. Ich denke, wir können noch. Ich werde das. Ich werde das. Ich werde das. Oh, das ist jetzt. Ich werde das. Ich werde das. Sprechen wir es bei uns bei jedes Wein. Ich finde doch kein Nachmuss Wein. Wenn ich dabei bin, kann ich ja mal kurz den Prozess machen. Ich habe mir den ganzen Hass des Netters aufgezogen. Mal gucken. Weißt du, wie man Notibesco einleben muss, um eine leere Welt zu bekommen? Äh, ne. Ist nur, wie man Welten einlädt. Aber es gibt ein Wiki darüber. Mal gucken. Mal gucken. Ich bin der Klingel-Shit unter. Die Zeit schlägt gar nicht mit. Guten Tag, auch sie müssen sterben. Leider zu weit geschlagen. Also wenn sie wieder rauskommen, können sie mich töten, komme ich vorbei. Und werde sie töten. Ihr geht auch erstmal in Lava. Ich verfolge euch in Lava, es wird zu heiß. inspires euch selbst exported holidays der Gegrü overd imaginar. Die Hausflüge nach dem Lava hat gewonnen. ch Die gibt's hier echt keinen Modus langs Ich habe ein Teil abgebaut, ich glaube, ich habe mir den ganzen Hass der Bienchen gleich aufgezogen. Aber immer noch das Problem, in den nächsten Märkten hast du eins. Das ist ein Schwert, ich auch. Ihr werdet mich ewig lieben. HiSpielTV, willkommen im Stream übrigens. Ich werde übrigens in ca. 20 Minuten eine kleine Pause machen. Dankeschön. So, dann werde ich mir was zu trinken holen, eine rauchen gehen und so weiter und so fort. Ich werde sterben. Ich merke das. Ich habe hier keine Magna Slimes. Was? Ich kriege doch eine Krise. Wo muss ich noch hinfliegen, damit ich weg bin? Kann ich heute anfangen, damit wir morgen aufhören? Kannst auch gerne Discord kommen. Bin ich nicht so allein hier? Was ist denn? Was ist denn? Tücher? Nee. Warum nicht? Genau. Gut, es ist denn. Das ist doch irgendwie etwas... Okay, jetzt pennen, sonst wird es als nächstes mit 24 Stunden. Janni ist klar. Energy macht lustig. Und hilft, auch bei 24 Stunden streamen. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe 24 Stunden gestreamt oder 25 Stunden gestreamt und bin dann insgesamt 36 Stunden wach gewesen. Ähm, ja. Und dann bin ich umgefallen. Ja, morgen. Äh, ist das Kenny? Guck mich mal an. Ist das Kenny? Sie haben einen Kenny getötet. Yes, weine. Ja, ja. Uh, was war denn mit Gemetzel? Alle tot. So ein Mist. Und was haben wir immer noch nicht gefunden? Ein Magnus-Slime. Zumindest ein. Mal mit dem Fernsehleiser. Was sind diese Köln-Hunde, die will ich auch nicht haben. Gib mir eine Magnus-Slime. Oh, keine Magnus-Slime. Oh, keine Magnus-Slime. Was machen wir denn? Wir gehen. Bringen wir uns um, indem wir das Bienen-Essern anfassen. Hm, ich weiß nicht. Ich traue mich auch nicht. Erst mal das Essen. Ich schmeiße übrigens auch keine Essence mehr raus. Die müsste ich eigentlich schon haben, die Köpfe. Was ich immer nur große Magnuslein. Die gibt es echt nicht. Mal gucken, ob er die irgendwie uns vorhaften kann im Notfall. Ich versteh uns. Ich will den Umgang. Lululului. Party. Hier. Äh, was? Die brennen? Warum brenn ich eigentlich? Äh, Serverleggerill. Jetzt nicht mehr. Zack, zack. Ich weiß nicht mehr, wie ich dir hat. Nein, ich versteh ich, wie ich. Ja, das geht nicht. Spidey, Spidey, nicht mehr Spidey, alles Spidey Leute Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich finde einfach kein Magnet zu leiden Warum ist Wasser im Nether? Gibt mir Köpfe oder so, aber Köpfe müsste ich auch noch haben, da hatte ich schon Pflanzen von Allerdings habe ich hier Schatz und weiß nicht, wofür die alle sind Ich weiß wohl was auch ein bisschen wenig Aber gut Oh es gibt ein Buch Bücher sind was schönes, können wir natürlich nicht zaubern lernen So, wenn wir mal kurz auf die Uhr gucken, der 47, da waren wir gleich mit dem 7000 Ja, ich seh dich Nein 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 Feld 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 So, was machen wir das? Hier irgendwo muss mein Heimweg sein. Das ist falsch. Irgendwas läuft dieser Regie, ich finde den Weg in der Hölle nicht. Und dann können wir hier eigentlich alles löschen, weil die Tode in Nether sind alles Tode, die unwichtig sind. Ich muss das Ding irgendwo im Kreis fliegen. Irgendwo im Kreis fliegen. So. Hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Wie ihr übrigens vorhin gelesen habt im Chat. Morgen 24 Stunden Livestream. Ich weiß noch nicht, wann der Himmel anfängt mit seinen 24 Stunden. Ich hoffe, da schlafe ich nicht mehr. Aber ich muss den Weg. Nee. Und nein, ich weiß noch nicht, was wir streamen. Ich weiß noch nicht, was wir streamen. Hier. Hier. Here. Hier. 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 Sollte ich den Weg nach Hause nicht mehr finden? Das Pferd habe ich auch nicht mit. Wenn du Lust hast, können wir morgen im 24 Stunden Stream Ich sterbe gerade, oder? Nein, ich sterbe doch nicht. Ich brenne nun ein bisschen. Ich würde mir filmen. Aufheber Game Bad Wars. Bist du mit zu gut gehen? Ja, ich bin hier nicht. Ja, ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. das ist wiesig wie gesagt, wir machen jetzt eine kleine stream pause sagen wir mal 10 minuten wir versuchen jetzt, wo ich immer zu spielen ja, mal gucken erst muss ich jetzt zu Ende spielen, definitiv also, ich fang jetzt kein neues an so schnell raus hier, wie gesagt, dann machen wir eine stream pause von ca. 10 minuten maximal so und hau mal alles klar Leute, bis gleich so, habe ich jetzt den richtigen Ton ausgemacht? nein so 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 Und so 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 mit so 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 denn also wer so Lust hat Nutz die Ich bin noch da, ja das habe ich gesehen Weil Leute sind bei Hipbox sind auch noch da Das ist auch schön So dann müssen wir mal gucken wie wir das jetzt machen Spiele Ls 17 Was ist Ls 17 Was ist Ls 17 Hm Wie kann man sie so herstellen Hm Mit Blastow Und Slime Und Blut Ach Landwirtschaftssimulator Äh ne das ist nicht für mich Ich finde Landwirtschaftssimulator etwas langweilig So machen wir das mal aus Nehmen Gold runter Nehmen die Druckplatte runter Können wir uns aus einer Ender Perle Und abgießen Und abgießen Oder müssen wir extra Inmachen Müssen wir mal gucken ob aus einer Ender Perle Ne Können wir nicht Müssen uns Stein Abdruck machen Fert 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 drinnen sein Sollte Werkstationen Ne, das ist nicht Ozon Ozon habe ich äh vor einem halben Jahr ca. gespielt mit Teent Keks und so Das sieht ähnlich aus Ne, das ist irgendein Zauber äh Zauber Mod Pack Wie kannst du kostenlos spenden? Ähm Bei Youtube Habe ich den Link glaube ich noch gar nicht drin Ne Müssen wir mal verprocken Muss mal kurz zu Twitch gehen Weil da ist er definitiv drin Oh Oh Full load Das ist Das ist Das ist Wir haben Darüber kann man kostenlos spenden, ohne Geld dafür bezahlen zu müssen. Den Bank auch zunächst mal mit einbinden, damit der Halt überall angezeigt wird. Trotzdem habe ich immer noch das Problem, dass ich jetzt nicht weiß wo. Mann! Was tut ich? Glaube ja, ne? Ja, das war der Basteltisch. Ne, ich mache jetzt kein Licht aus. Ein bisschen Kabelstone geholt. So, das Ding müssen wir jetzt nehmen. Und damit mussten wir den für... Also du musst auf diesen Link drauf klicken. Du darfst dann eine Nachricht eingeben. Und abschicken. So, warte mal, ich gebe auch sehr sehr schnell raus, dann kann ich sie nochmal sagen. So, jetzt ziehen wir mal selber nochmal auf die Seite drauf. Ja, also, da öffnet sich an der Seite das Fenster, wo steht live on Twitch, YouTube und sowieso. Und dann hast du deine Felder, wo du den Namen, deine E-Mail und deine Nachricht eingeben kannst. Dann drückst du auf, ich bin kein Roboter. Und dann klickst du auf Blick-to-Tip. Und nach einer einiger Zeit oder kurzer Zeit, ich weiß nicht wie lange, erscheinst du dann in früh mit deiner Nachricht. Und dann müsste das auch mit den Spenden geklappt haben, eigentlich. Ich hab das auch erst seit Gothen, also ich weiß noch nicht, ob das so klappt wird, wie das sollte. Ähm... Die Glätschalter nach oben. Ne, das ist nicht automatisch. Hast du die Macht? Na ja, dann... Sollte das nämlich in der nächsten Zeit hier auftauchen, bei uns. Oben in der Ecke. So, was hätten wir? So. Magna-Slime war mit diesem Blue. Das heißt, da brauchen wir auch noch mal eine Runde. Das brauchen wir auch noch mal hier für Blue. Das war der Ofenrunde. Den kriegen dürfte eigentlich, glaube ich, reichen. So. Mal gucken. Hat er jetzt Blut hier? Ja. Ne. Das war nicht so. Also entweder hab ich zu wenig Blut. Jetzt. Wir sehen uns mal außen. Ich trotzte jetzt gar nichts noch mal angemacht. Hier ist auch der falsche, weil das ist Obsidien, weil Obsidien heißt, gibt es glaube ich nicht. Ähm, ja, was wollte ich jetzt? Ach ja, wollte ich mal gucken. Ich wollte gucken, ob ich eine Ender und einen Poolabgrade habe. Die Frage ist dort. Einer, Einer Motor, Einer Flux, Einer Cairn, Einer Qualley, Einer Kontaktbox, Q, E, D, was ist eigentlich eine Q, I, D? Kino, E, D, U, E, D, E, D, E, D, D, hell, P pişier. Soll das Obsidien? Äh,低. G's Persief. Im Kons 싶etник der Saisonbranche noch standигр. So eine Loverheime. Und Wasser. Ich habe einen Spitz-Hacken. So, jetzt haben wir den Eilaufsidien, der uns jetzt fehlt. Ne, nochmal. Was fehlt denn jetzt da in der Mitte? Ne, wir brauchen erstmal diese Eilaufsidien. Ja, cool. Cool ED. Kipping war das hier, also. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Du, du, du. Haben wir nicht nach diesem Eilaufsidofen? Die Eilaufsidiener Blume. Ich weiß nicht mal wie das Ding gerade heiß ist im Kopf. Okay. Okay. Und, cool. Und, cool. Jetzt kommen wir ja nicht mehr. Jetzt kommen wir die Kohle da rein. Und dann war's. Ich denke gerade ob das Ding eigentlich mal schneller war. Ja. 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 Ich bin mal ein Kuh-E-D. Jetzt fehlt mir ein Deal. Das ist ein Deal und nicht abernten? Nee, oder? Nee, Eisen. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist der Kammel, auch noch den Tier dahin. Ich nehme meine Nummer hin, Q, D, 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 D Ich denke mal kurz, weil hier irgendwo in Bedrohung ist. Ich bin mir da schon rumgeflogen. Der Fix ist doch nicht mehr als ein Crafting-Table. Das ist doch nicht mehr als ein Crafting-Table. Ist doch nicht mehr als ein Crafting-Table. Gut. Wir brauchen die. Die brauchen wir. Hier und verbrannten Quarz. Verbrannten Quarz haben wir schon mal genug. Ähm... Ähm... Nicht Ende... Sagt man... Ende... So... Jetzt müssen wir mal gucken. Spitzack mit Effizienz 1 freu ich auch noch. Nee... Ich fahre ja wieder auf zu den Türen. Ich denke mal, ich lege dich. Ähm... Mal gucken wo wir jetzt hier den Busstisch haben, also nicht den Busstisch haben, sondern auch nicht den Busstisch haben, aber auch nicht den Busstisch haben. ... ... ... ... ... ... ... Ausputz Oh, kann ich nicht schreiben Ich muss hier nichts hinzugeben Schon besser Haben wir aber nicht mehr Kann ich mal versenken Steins Haben wir aber keine Ziele mehr machen Nehmen wir mal Gebrauchen wir jetzt mal ein wenig Reicht nicht mit dem ganzen Gebrauchen wir mal Hm, was macht man jetzt da? Hinten bei Himmel Klatscht glaube ich noch Ein bisschen Ein bisschen Ne Wo habe ich denn letztens erst abgebaut? Hier Bis zum nächsten Mal Ich bin auch noch , was ich bin jetzt die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einmal eine Orgel, dass wir das nicht noch drin sagen, doch. Lava Eimer und eine Eisenspitze. Öh, best. Gut, kann man trotzdem machen. Eisens haben wir noch. Bin Luke 1. 2. 3. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 1. irgendwo ich hier wollte gerade so gibt mir mein eimer aber haben wir ein problem weniger endlich wieder unendlich obsidian irgendwie funktioniert das mit dem blut nicht oder habe ich das nur überhört eigentlich sollte im stream angezeigt werden hei hei willkommen im stream ja würde ich auch tun problem daran ist gerade nur dass ich nicht weiß ob da überall noch sachen sind probiert dementsprechend brauche ich die gerade noch kann man nicht mehr draufklicken ich weiß noch nicht wann ich morgen streame ich werde auch erst mal wenn ich bald aufhören weil ich morgen vorhabe wahrscheinlich mit zehn meter seinen 24 stunden stream zu machen allerdings weiß ich auch noch nicht wann er das macht und was wir da machen also müssen wir alle noch gucken schnell googeln danach also so Jo mach ich den oben. Jo, kein Problem. Wie gesagt, ich streame auch nicht mehr lange, vielleicht noch 10 Minuten oder so. So, und was macht das Ding? Ich muss das Ding also am Lavaseerung hinstellen. Der tut nicht das, was ich wollte. Jo, wie gesagt, besprechen wir morgen mal, how it's doing. Alles klar, ich muss gerade erst mal selber gucken. Also, ich kann das Ding im Nether aufstellen und kann damit... Jetzt habe ich echt ein Problem gerade wieder. Ach, egal. So zack, du stirbst jetzt erst mal. Weil in dem Modpack gibt es einige Sachen nicht, die ich da gerade im Video gesehen habe. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Ja, genau, geht nochmal in die Luft. Oh Gott. Das heißt, ich kann das Ding eigentlich... Ich dachte, ich kann damit auch ein Video machen. Aber ich kann damit nur Lava punkten. Ich fenne das Ding. Okay, dann hol ich jetzt das ein bisschen mehr für den Boot. Ich fenne das Ding. Ich fenne das Ding. Warte, ich fenne das Ding. 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 Jetzt haben wir auch noch zwei, dann das sechste. Ähm, Fähre brauchen wir und verbrannten Quartz haben wir. Oh, das ist wieder drin. Das ist wieder drin. Das ist die Fabian, wir kriegt das Ding, das Modus. Warum läuft das Ding jetzt nicht? Das ist eine gute Frage, warum das hier nicht geht. So Leute, ich werde mir mal ein paar Tutorials angucken und würde nur sagen, dass ich das drüben jetzt beendet. Wir sehen uns morgen definitiv wieder. Also tschüss tschüss Leute, ich bin Rose. Ich weiß noch nicht wann morgen. Ich verspreche mich da aber ich denke mal nicht so spät, weil es soll ja 24 Stunden streamen werden. Versuchst du um 18 Uhr? Ja, ich versuch's um 18 Uhr. Aber wie gesagt, es soll ja 24 Stunden streamen werden, dementsprechend wird das auch nicht so allzu spät werden morgen. So Leute, wie gesagt, tschüss tschüss, ich bin raus. Viel Spaß, gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem wann wir uns wiedersehen oder ihr euch die Bedeutung anguckt.